Yo Leute, ich bin in einem emotionalen Loch gefangen. So sehr, dass ich leider auch, wenn ich weiß, dass viele es von euch auf den Sack geht, wenn ich rumheule, dass ich dieses Video trotzdem mache. Und es geht euch auch auf den Sack, dass ich wieder über Frauen reden werde. Aber das passiert halt nun mal einfach. Es ist sehr komisch und ich brauche auch Hilfe und ich möchte einfach, dass Leute das hören, dass mir vielleicht auch Leute eine Antwort darauf geben können, wieso das jetzt alles so ist, wie es jetzt ist. Und angefangen hat das halt alles, als ich nach Deutschland wiederkam von Madeira. Dort habe ich mich von meiner damaligen Ex getrennt. Das Thema ist abgehakt, das hat mich emotional auch gar nicht mehr beeinträchtigt jetzt die letzten 5 Monate oder so. Das juckt mich nicht mehr. Aber die Schlussreaktion daraus, die zieht heute sehr, sehr doll an mir. Und zwar ist die Kurzschlussreaktion daraus gewesen, dass ich nicht alleine sein möchte. Ich wollte wieder in eine Beziehung gehen. Und habe dementsprechend sehr viel, sehr, sehr viel versucht, Kontakt zu Frauen aufzubauen. Sei es über Tinder, sei es über Apps, wo man nur rauf geht, wenn man auf Tinder keinen Erfolg hat, weil man verzweifelt ist. Sei es Instagram, sei es, nee, Gott sei Dank auf Facebook nicht. Aber ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Kontakt zu Frauen gesucht, weil ich einfach mich mit diesen Gedanken abfinden konnte, alleine zu sein. Ich habe sehr viel rumgeflirtet. Ich habe sehr viel geschrieben. Das ein oder andere Mal habe ich mich auch mit Frauen getroffen. Habe mich auch emotional darauf eingelassen. Das ein oder andere Mal. Und musste leider sehr, sehr oft feststellen, dass die Interessen bei diesen Personen nicht die sind, die ich in dem Fall hatte. Ich habe sehr, sehr viel Zeit. Ich war das letzte halbe Jahr sehr, sehr inaktiv gewesen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass mein größtes Ziel einfach darin bestand, wieder einen Lebenspartner an meiner Seite zu finden. Das ist einfach zu 80 Prozent. Also natürlich war ich emotional auch eingeschränkt dadurch, dass ich nicht abschließen konnte, dass ich jetzt keine Freunde mehr hatte. Aber zum großen Teil ist meine Inaktivität darauf zurückzuführen, dass ich einfach jede freie Minute dafür investiert habe, mit Frauen zu schreiben, mich mit Frauen zu treffen oder was auch immer. Ich habe mich jetzt nicht jeden Tag mit Frauen getroffen, aber ich habe halt sehr viel Zeit virtuell mit Frauen verbracht, um sie kennenzulernen. Aus dem Interesse heraus vielleicht daraus eine Beziehung entstehen zu lassen, wie gesagt, weil ich nicht gerne alleine bin. Nun habe ich sehr viele negative Erfahrungen gemacht. Ich habe Stunden über Stunden, ich habe Tage, ich habe Wochen damit verbracht, Zeit zu investieren in eine vielleicht nächste Beziehung. Ich weiß, das hört sich alles krank an. Ich finde es auch nicht gut. Ich würde das auch viel geiler finden, dass wenn ich mich von meiner Ex trenne, ich einfach am PC schille und mir denke, alter geil, wieder Gamer Live. Aber das habe ich nicht. Ich habe das nicht. Maximal dann, wenn ich streame, kann ich so abschalten. Aber wenn ich dann wieder alleine hier so am Tisch sitze, denke ich mir so, shit, man, I am fucking alone, what I am doing here, I need a girl on the side. Das denke ich mir dann immer im Kopf und dann fängt es wieder an. Ich habe jetzt vor zwei Wochen, vor zwei Wochen oder vor einer, vor eins oder zwei Wochen habe ich jetzt Tinder gelöscht. Und ich habe auch Bumble gelöscht, das war so eine andere App, die ich noch genutzt habe, weil es einfach die größte emotionale Abzocke ist, die man sich vorstellen kann. Ich habe dieses Tinder Gold gehabt, niemand interessiert sich für mich. Ich schreibe ewig immer nur mit irgendwelchen Leuten, weil die, du bist so wirklich der echte, schreib mir mal auf Instagram, dann schreibe ich keine Antworten mehr. Dann schreibe ich ewig lang mit irgendwelchen anderen, es passiert nichts. Stundenlang habe ich mit irgendwelchen geschrieben und ich dachte mir, alter, voll sympathisch, auf einmal keine Antworten mehr, auf einmal unmatcht. Alter. Dann läuft mein Tinder ab, dann läuft dieses Tinder Gold ab. Ich habe kein, ich habe kein Gold mehr, ich gehe auf die App, auf einmal 20 anfragen. Das ist so eine Verarsche, die spielen, die spielen so, die spielen so mit den Emotionen der Menschen. Das ist so krass, damit man sich ja wieder Tinder Gold holt, damit man sehen kann, welche Leute einen geliked haben. Das ist so dreist und ich bin auch der Meinung, dass die meisten Leute, die dann in diesem Intervall liken, weil man kann ja trotzdem ein paar Likes haben am Tag kostenlos frei, die schreiben alle nicht. Da schreibt keiner zurück, keiner schreibt zurück. Du wirst mir sagen, ich habe einen Tag auf einmal, niemand interessiert sich für mich. Ich habe ganz Berlin durchgeliked, niemand juckt sich für mich. Immer nur welche so, bist du der echte Tanzobot? Lass mal auf Twitter, auf Instagram schreiben. Niemand interessiert sich für mich. Dann ist mein Tinder Gold abgelaufen, auf einmal 20 Likes. Dann like ich die durch, kriege ein paar Matches, keiner antwortet. Das ist kriminell, was Tinder da macht. Ich bin der Meinung, das sind keine echten Accounts. Das soll einfach nur so wirken, als ob es ganz doll wichtig ist, dass ich mir jetzt Tinder Gold hole, damit ich vorankomme. Also damit ich mit denen schreiben kann. Aber im Endeffekt steckt da keine Person hinter. Ich kann mir das nicht vorstellen. Weil wo ich Tinder Gold hatte, hat sich niemand für mich interessiert. Und dann läuft es ab und auf einmal, oh, alle wollen mich auf einmal? Das würdest du mir erzählen? Also so läuft es auf allen Apps ab. Die spielen alle mit unseren Emotionen. Ich bin gebrochen. Ich bin gebrochen. Ich fühle nichts mehr. Ich habe so viel Zeit in Frauen investiert. Wo ich dachte, daraus kann etwas entstehen. Und im Endeffekt entsteht nichts daraus. Ich habe mich so viel mit Frauen getroffen. Zwei, drei, vier Mal. Wir haben Stunden miteinander verbracht. Wir sind gut miteinander klargekommen. Und dann verwirft sich das auf einmal wieder. Dann haben die irgendein Problem oder irgendwas stimmt nicht. Oder ich mache irgendwas falsch. Und dann geht das wieder auseinander. Und die, wo ich mir so denke, Alter, das könnte was werden. Die wohnen 10.000 Kilometer entfernt. Das ist doch immer so. Das ist ja genau wie mit meinen Kumpels von TeamSpeak. Ich habe so viele Leute auf TeamSpeak, wo ich mir sagen würde, Alter, wenn die hier wohnen würden, bestes Leben, Alter. Bestes Umfeld. Natürlich habe ich hier auch Kumpels. Aber die wohnen alle auch in Bayern. Und ein Grüße gehen raus an Timo. Junge, der Typ wohnt 700 Kilometer weg. Den sehe ich eins, zwei Mal im Jahr. Obwohl ich sagen würde, dass das so einer meiner längsten Kumpels ist einfach. Vielleicht nicht der Beste aufgrund des nicht so vielen vorhandenen Kontakts, auch im Real Life. Aber das ist einer, den ich mit am meisten vertraue. Weil wir uns einfach seit acht Jahren oder so kennen. Das ist der, den ich mit am meisten von allen kenne, mit denen ich jetzt gerade noch aktiv Kontakt habe, weil wir über TeamSpeak geredet haben. Aber wisst ihr, was ich meine? Die, die interessant sind, die wohnen übertrieben weit weg. Und das ist halt auch schwierig. Ich will auch nicht, dass irgendeine für mich hier hinzieht. Das will ich gar nicht. Ich will alleine weiter wohnen. Ich will, dass sie einfach hier ist. Ich bin gebrochen. Ich werde ständig, ständig werde ich verarscht, weil ich irgendwie YouTuber bin. Dann zahle ich schon irgendwelche Interesse vor. Machen sie sich einen Spaß daraus. Ich habe Situationen gehabt, da habe ich eine ganze Nacht mit einer geschrieben. Und dann frage ich so, so was sind denn eigentlich deine Interessen hier auf Tinder? Ja, ich will hier ein bisschen Zeit vertreibt haben. Ein bisschen Spaß wegen Corona. Wie, suchst du hier keine Beziehung? Wieso holt man sich Tinder aus Spaß? What the fuck? Ich weiß, ich bin verzweifelter, ich bin verzweifelter Spinner und ich habe auch zu viel Zeit investiert. Und ihr müsst mir auch nicht, ihr müsst mir auch nicht in die Kommentare schreiben, wenn man sucht, findet man nicht. Das weiß ich. Aber ich habe diesen Drang, ich will nicht alleine sein. Jetzt bin ich aber an diesem Punkt, ich habe heute auch mit Mama darüber gesprochen, ich habe sie besucht. Jetzt bin ich an diesem Punkt, dass ich keine Emotionen mehr aufbringen kann. Ich treffe mich mit einer, die an sich, an sich ist es eine Nette. Wir kommen übertrieben gut miteinander aus, die hat keine negativen Eigenschaften, aber ich fühle nichts mehr. Weil ich mich zu oft emotional, emotional auf Menschen eingelassen habe, die dann doch wieder weg waren. Wo ich mir dann zu früh irgendwelche Hoffnungen gemacht habe. Ich will nicht so wirken wie jemand, der, wenn ich irgendeine neben mir sehe, sofort verliebt zu einer bin ich nicht. Ich habe ja trotzdem meine Interessen, ich habe ja trotzdem Punkte, an denen ich mich orientiere. Und es gab so viele, ich habe mich immer wieder gefühlsmäßig darauf eingelassen. Gott sei Dank sind das immer nur diese 1, 2, 3-Tage-Situationen. Weißt du, dann ist man so, dann denkt man einen Tag später noch darüber nach, findet man es traurig und 2, 3 Tage später ist dann wieder egal. Weil man sich zu wenig Kontakt miteinander hatte. Aber ich habe mich immer wieder emotional auf irgendwen eingelassen und am Ende steht nichts daraus. Weil die irgendwie scheinbar nur Interesse daran hatten, mit einem YouTuber zu schreiben oder was auch immer. Vielleicht habe ich mich auch scheiße übernommen, ich weiß es nicht. Aber ich denke eigentlich schon, dass ich in dieser Hinsicht auch ein netter sein kann. Auch wenn ihr mir das vielleicht nicht glaubt, aufgrund meiner vulgären Aussprachen, die ich manchmal habe. Ja, das stimmt, aber ich weiß doch, wie ich mich in bestimmten Situationen zu verhalten habe. So, das ist doch nicht so, wenn ich mich mit einer treffe und dann so, äh, hast du Bock? Und dann hier so ans Bein, um Gottes Willen, ich bin der größte Gentleman. Ich frage 25 Mal nach, bevor irgendwas ist. Ich sage auch immer so, ey, wenn du dich unwohl fühlst, sag es mir bitte sofort. Ich will nicht, ich will nicht mit dir, wenn wir zum Beispiel rumfahren oder so. Ich will dich hier nicht rumfahren und du hast irgendwie so ein komisches Gefühl, dass ich dich irgendwo verschleppe oder so. Sag mir bitte sofort, ich fahre dich sofort zurück. Ich bin der größte Gentleman in der Hinsicht. Ich kann einfach nicht mehr. Ich fühle nichts mehr. Ich treffe mich mit welchen und ich habe nicht mehr dieses Gefühl. Damals habe ich, damals habe ich mich verliebt in Frauen. Ich habe mich richtig verliebt. Ich kann mich nicht mehr verlieben und das nervt mich. Weil das hindert mich andererseits auch noch daran, eine feste Bindung einzugehen. Man kann sich dann mit jemandem treffen, denn das ist alles schön. Man, ich will hier auch nicht wirken wie der größte Ficker. Ich will euch jetzt hier nicht erzählen, dass ich 25.000 Frauen habe. Um Gott, so ist es gar nicht. Das ist halt einfach nur dieses normale Menschen kennenlernen wollen. So, das hatte ich. Davon hatte ich ganz viel, weil ich einfach meine halbe Lebens... Ich habe mindestens meine halbe Lebenszeit in den letzten sechs Monaten darin investiert, Menschen und Frauen kennenzulernen. Und ich habe mich mehr als nur zweimal gefühlsmäßig auf eine eingelassen. Und am Ende ist es wieder weg. So viele, mit denen ich gut ausgekommen bin. Wir schreiben nicht mehr, da passiert nichts mehr. Dann schreibe ich immer noch mal so ein bisschen so unterwürfig, schreibe ich noch mal. Aber wenn ich dann merke, da ist kein Interesse mehr da, dann habe ich auch keinen Bock drauf. Ich will nicht so eine haben, wo ich immer hinterher rennen muss. Ich will eine, die auch so diese gegenseitige Interesse zeigt. Es ist schwierig. Es ist schwierig und das nimmt mich mit. Weil ich glaube, dass ich... Ich glaube, ich habe meine Emotionen kaputt gemacht. Ich fühle nichts mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier... Also ich fühle natürlich noch normal, aber in diesem Liebes... In diesem Liebesding fühle ich mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr verlieben, weil ich mich nicht mehr einlassen kann auf eine Person. Weil ich weiß... Weil mein Kopf wahrscheinlich das irgendwie im Kopf hat, dass daraus eh nichts wird. Jetzt hatte ich Treffen, wo ich mir dachte, ja doch, aber es wird nichts. Und wenn diese Liebe nicht dabei ist, dann verliert man auch selbst die Interesse. Und das ist jetzt mein Problem. Jetzt ist es nicht mehr umgedreht. Jetzt hatte ich ein, zwei Treffen. Darauf will ich nicht näher eingehen. Das passt alles. Aber ich fühle nichts. Und das lässt natürlich dann irgendwann auch die Interesse nach, weil man ja zu der Person dann keinen Bezugspunkt hat. Und das ist schade. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Und was soll ich dagegen machen? Ich habe mich kaputt gemacht, dadurch, dass ich mich nur darauf konzentriert habe. Auf nichts anderes. Ich habe YouTube schleifen lassen. Ich habe Twitch schleifen lassen. Mann, ich war in diesem Jahr zweimal online. So nach dem Motto. Gut, jetzt die letzten Tage war ich ein bisschen mehr online. Kommt alle auf Twitch, tv-slash-Tanzverbot vorbei. Aber ich verstehe es nicht. Bin ich gebrochen? Was ist mit mir los? Wieso bin ich so? Wieso bin ich generell so versteift darauf, jemanden an meiner Seite haben zu wollen? Wieso nutze ich nicht einfach mal nach ewiger Zeit einfach die Ruhe? Einfach nur wieder für mich zu sein? Ich verstehe es nicht. Das war einfach dieser Drang. Ich wollte unbedingt jemanden haben. Jetzt habe ich 8 Milliarden Menschen kennengelernt und keiner will mich. Ich habe mich 8 Milliarden Mal auf Menschen eingelassen und dann entsteht nichts daraus. Und dann Emotionen kaputt. Kilian kaputt. Emotionen kaputt. Vielleicht kann mir irgendwer von euch helfen und kann da irgendwie so eine Analyse. Es gibt doch so viele Psychologen. So oft passiert das auch ungefragt. Jetzt will ich es. Jetzt, jetzt, äh, 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 bitte, 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 ich will ein psychologisches Gutachten haben. Er stellt ein psychologisches Gutachten aufgrund der, mit den Informationen, die ich euch jetzt gebe. Was ich euch in Erzählungen gebe, in Form von meiner Mimik, in Form von meiner Gestikulation. Bitte gebt mir irgendwas, was mir, was mir weiterhilft. Woran, wo, irgendein Anhaltspunkt, äh, Anhaltspunkt, woran ich mich orientieren kann. Ich verstehe es nicht. Ich will doch einfach nicht alleine sein. Das ist alles. Na gut, Leute. Dankeschön fürs Zusehen dieses Videos. Tut mir leid, dass ich euch wieder vollheule. Es tut mir nicht leid, Mann. Nein, das ist mein Channel. Ich will hier so lange heulen, wie ich will. Und wenn ich zehn Stunden lang ein Video hochlade, wie ich nur weine, dann mache ich das. Na gut, Leute. Haut rein.